Trotz vieler Bilder und Grafiken wollen wir zügig durch die Sendung hindurch gehen. Grüße Sie und Grüße Euch. Wir beginnen mit den Bildern von Euch, wie hier vom Jörg im Erzgebirge mit den Mamaten, diese beutelförmigen Wolken, sehr imposant. Oder auch von Peter das Bild hier, wie dann über Stuttgart ein Schauer aufgezogen ist. Durchgezogen war dann bei Bonn, beim Tobias ebenfalls ein Schauer. Der Regenbogen kam heraus und Johannes ist in Dubai. Bei 34 Grad hat er dieses Bild gemacht. Das hätte auch eine Prognoseaufnahme von Noah sein können für den Hitzefrühling, den dieses Modell mal für diesen Frühling angekündigt hatte. Und es sollte ja auch zu trocken werden. Da sind wir noch weit von entfernt. Dann vom Timo, um wieder die Sonne anders zu haben, bei uns hier im Landkreis Bayreuth, wo ebenfalls ein Schauer bzw. Gewitter durchgezogen war. Noch, Freunde, sind das ja Schauer mit Graupel und kleinem Hagel. Und es ist ja noch relativ kühl. In ein, zwei, drei Monaten sind das richtige Sommergewitter. Brummer mit Platzregen und Schwüle und Hitze. Und der Felix hat mal wieder die Drohne aufsteigen lassen in Bad Karmberg in Hessen. Auch mit diesem schönen Bild hier und eben dem Regenbogen. So hat sich das Wetter gestern gestaltet. Und so wird es sich in den kommenden Tagen gestalten. Es geht aprillig weiter. Schauen wir mal ganz kurz auf die Niederschläge, die im Alpenraum runterkommen sollen. Und zwar als Schnee. Das ist die Situation laut der Modellanalyse von gestern Abend. Und so soll es morgen früh sein. Da kommt einiges an Schnee dazu. Auch im Allgäu und am oberbayerischen Alpenrand. Also morgen Vormittag. Dann am Samstagmorgen sähe es so aus. Und am Sonntag so. Und die Niederschlagsummen, die bis einschließlich Montag früh runterkommen sollen, betragen von Vorarlberg mit 100 Liter auf den Quadratmeter, auch die Allgäuer Alpen, bis hin dann im Nordosten Österreichs von deutlich über 100 Liter auf den Quadratmeter. Die Alpen-Nordseite bekommt eine Menge ab und dann auch die restlichen Gebiete sind auch ganz gut dran. Hier hat es ja bisher viel zu wenig Niederschlag in den letzten Wochen und Monaten gegeben. Das Ganze in einer anderen Darstellung. Da haben wir hier dieses Dreieck mit den starken Niederschlägen. Je weiter wir in den Westen Deutschlands und in die Benelux-Länder kommen, desto weniger soll da runterfallen. Und das soll bis dato als fester Niederschlag runterkommen, als Schnee, der nicht immer liegen bleibt. Aber nichtsdestotrotz gibt es in den Alpen sehr, sehr viel Neuschnee. Die Schneevergrenze liegt ja grundsätzlich bei um die 1000 Meter Höhe. Und so ab 1200 Meter Höhe wächst die Schneevergrenze. Gestern auf der Alm, die liegt etwa so 1270 Meter hoch. Da heißt es auch, wir haben am Wochenende einen halben Meter Schnee. Und das wird ein bisschen dauern, bis das Ganze wegschmilzt. Und oberhalb von 1500 Meter Höhe wird es ein Dreiviertelmeter bis ein Meter geben können. Wir gehen nochmal zurück auf die Niederschlagsummen. Das ist das, was bis Montag fällt. Und das ist das, was gerundet bis zum 22. April, Samstag in einer Woche fallen soll. Da wird nicht mehr so viel dazukommen. Und außer hier im Norden Österreichs, im Alpenvorland, zum Beispiel von Nieder- und Oberösterreich kommt noch was dazu. Und wenn wir nochmal zurückgehen auf der Alpensüdseite, werden die Niederschläge auch zunehmen. Bei uns aber nicht mehr, weil wir es mit einem Hoch zu tun bekommen. Und jetzt ist die Frage, wie warm wird es denn? Und wir nehmen nur das Ensemble für die Mitte Deutschlands. Ihr kennt die Linien. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in bunt finden. Unten sind die Niederschlagsignale. Da kommt jetzt ein bisschen was runter. Achtet mal hier auf die Differenz zwischen weiß und rot. Die ist nicht hoch. Das heißt, es geht ziemlich durchschnittlich weiter. Interessant wird es im letzten Drittel, in der letzten April-Dekade. Da gibt es ein paar Ausreißer, die gehen nach oben in den frühsommerlichen Bereich. Und dann stürzen da einige ab. Das werden immer mehr im Moment. Und hier hätten wir dann nochmal Spätwinterwetter, sogar mit Schneefällen nachts bis ins Flachland. Und das europäische ECMWF-Modell sieht das Ganze im Prinzip genauso. Hier taumeln wir um das langjährige Mittel. Hintenrum nimmt die Neigung zu Kaltluftvorstößen aus Norden weiter zu. Da gehen wir jetzt aber nicht näher drauf ein. Gestern hat es eine Menge Niederschlag gegeben. Knapp sieben Liter auf den Quadratmeter. Wir sind jetzt im Monatssoll bei 40 Prozent des üblichen Monatssolls eben angekommen. Und da kommt ja noch einiges dazu. In Sachen Sonne hatten wir nur im Nordosten Sonnenschein zweieinhalb Sonnenstunden deutschlandweit gemittelt. In den Frühstunden gab es Frost. Zwischen minus 3 und minus 5 Grad im Osten und im Südwesten waren es plus 8 Grad. Die Höchstwerte lagen rund um Berlin und rund um Rosenheim bei 16 Grad. Ansonsten in den Mittelgebirgen bei 6 bis 7 Grad. Und so geht es weiter. Das ist ein ziemliches Gewusel. Aber dieses Gewusel wird uns dann eben Regen und Schnee bringen. Wir haben hier in der grünen Zone den Tiefdruck in 5,5 Kilometer Höhe. Und das hier sind Bodentiefs. Und da nistet sich eins ein. Da kommt eine 5b-ähnliche Wetterlage, zieht auf der einen Seite kühle Luft rein, führt auf der anderen Seite dann warme Luft oder milde Luft um das Tief herum in die kalte Luft. Und da kommt es zu sogenannten Aufgleitniederschlägen. Dann baut sich dieses große Hoch auf Anfang der kommenden Woche von den britischen Inseln über Skandinavien bis nach Russland rein. Hier klemmt die Tiefdruckschüssel und wir haben es mit einer nordöstlichen Strömung zu tun und die Luftmasse bleibt noch relativ kalt. Und in knapp einer Woche liegt dieses Hoch über Skandinavien. Das ist kein klassisches Frühlingshoch. Das wäre eins mit warmen Luftmassen, aber die wird es nicht geben. Das ist ein einbetoniertes, kräftiges Hoch. Unter dem Hoch haben wir Höhlentiefdruck zusammen mit kühlen Temperaturen. Durch diese Strömung wird die Wärme bzw. Hitze, die im Süden ist, ferngehalten. Noch ist diese östliche Strömung da mit Temperaturen von um und knapp über 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Natürlich, wenn die Sonne rauskommt, geschützt ohne Wind, fühlt sich das frühlingshaft warm an. Aber so der Klassiker, den wir uns vorstellen, 20 bis 25 Grad ohne Wind und ein paar Tage am Stück, das wird es mit dieser Wetterlage so noch nicht geben können, weil der Wind mitmischt. Heute starten wir im Südosten mit Regen und Schnee. Von Westen kommen Schauer reingezogen, die dann weiter ins Landesinnere reinziehen. Ansonsten setzt im Süden aus den Alpen heraus starker Regen- und Schneefall ein. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 700 und 1000 Meter Höhe. Im Westen sind auch einzelne Gewitter dabei. Auf der Nordsee scheint die Sonne. Es ist dazu windig. Und die Höchstwerte erreichen 8 bis 14 in den Niederschlagsgebieten im Südosten 7 bis 13 Grad. Und am späteren Nachmittag wird es dann im Nordwesten freundlicher. Die Schauer und örtlichen Gewitter klingen ab und die Sonne wird sich mehr und mehr durchsetzen. Morgen früh starten wir mit einem großen Niederschlagswulst. Von Österreich bzw. Vorarlberg, Tirol, Salzburg geht dann auch bis Kärnten und Oberösterreich rein und zieht sich über Tschechien bis dann an die Ostsee rauf. Und in den Gebieten fällt Schnee, zum Teil auch im höheren Alpenvorland mit entsprechender Glättegefahr. Selbiges gilt für Mühl, Waldviertel, Böhmerwald und Bayerischer Wald. Tagsüber tummeln sich hier weiter die Regenwolken bzw. Schneewolken, zieht sich hier weiter rauf. Und dann klafft das Ganze ein bisschen im Nordteil nach Westen, im Südteil nach Osten. Da kommt ein bisschen Schwung dazu. Und die Wolken lockern dann von Westen her auf. Zuvor gibt es hier Regen, Schnee, Regen und Schnee. Oberhalb von 700 bis 900 Meter Höhe ist es Schnee. Und ungefähr 150 bis 200 Höhenmeter weiter oben bleibt der Schnee dann auch liegen. Im äußersten Westen sind ein paar Gewitter dabei. Der Wind aus diesen zwei Systemen heraus. Hier noch der Wind aus West bis Nordwest. Und auf der anderen Seite dreht er dann wieder auf südliche Richtungen. Die Höchstwerte reichen 10 bis 16. Bei längeren sonnigen Phasen kann es in Teilen des Niederrheingebiets und auch im Ruhrgebiet bis zu 17 Grad raufgehen. 2 bis 9 Grad sind es im Südosten unter den dichten Wolken mit Regen. Am Samstag liegt hier das Tief. Regen und Schnee ziehen weiter nach Südwesten. Und dann geht das Ganze auch hier zu. Anfangs habe ich die Karte. Da habe ich zwei Mal dieselbe genommen. Die ist für 9 Uhr und stellt euch vor, für 15 Uhr zieht die weiter nach Südwesten. So haben wir immer mehr Regen. Die Schneefallgrenze steigt insgesamt ein bisschen an auf 800 bis 1200 Meter Höhe. Und Sonne haben wir noch vor allen Dingen vom Schweizer Mittelland. Anfangs durch Baden, Rheinland-Pfalz, das Saarland bis in die Benelux-Länder rein, ehe es von Osten zuzieht. Der Wind kommt um dieses Tief herum gegen den Uhrzeigersinn und ist vor allen Dingen an der See ziemlich ruppig. Die Höchstwerte wieder 10 bis 16 Grad. Im Regen sind es 3 bis 9 Grad. Am Sonntag liegen die Reste des Tiefs bei uns. Diesmal etwa von der Mitte bis nach Baden-Württemberg und in die Alpen rein. Und tagsüber tut sich da wenig. Das heißt, wir haben einen wolkenreichen Tag mit Regen und Nieselregen. Die Schneefallgrenze liegt in den Alpen zwischen 900 und 1300 Meter Höhe. Auf der Alpensüdseite sind einzelne Gewitter dabei und im äußersten Nordosten steigen die Chancen auf Sonnenschein. Der Wind kommt meist aus Nord bis Nordost. Die Höchstwerte erreichen 7 bis 13, unter den dichten Regenwolken in Alpennähe noch um die 4 Grad. In der neuen Woche haben wir es mit Nordost bis Ostwind zu tun. Im Norden setzt sich die Sonne durch, in der Mitte und im Süden gibt es weitere Schauer. Am Dienstag ändert sich daran wenig, Temperaturen 5 bis 15 Grad, je nach Regen, Schneeregen, Wolken und Sonnenschein. Am Mittwoch geht es dann rauf mit den Temperaturen. Im Norden setzt sich immer häufiger die Sonne durch, aber der Wind, der wird rappeln. Im Süden sind immer noch ein paar Schauer unterwegs. Am Donnerstag ist es im Norden sonnig. Im Süden erwarten uns Schauer und Gewitter. Und am Freitag, Stand derzeit, wird sich die Sonne verbreitet durchsetzen. Schauer und Gewitter haben wir dann vor allen Dingen im Alpenraum. Und je nach Wolken und Sonne sind es 11 bis 21 Grad. Und absolut Pi mal Daumen der Blick auf das Wochenende in einer Woche, also 22. bis 23. April. Da sollte es mit dem Frühlingswetter klappen. Ich lasse jetzt mal die Ostwindpfeile weg. Die sind noch da, aber nicht mehr so stark. Bei Stand derzeit eben 15 bis 23 Grad gäbe es viel Sonnenschein mit einzelnen Gewittern. Das wäre zumindest für ein paar Tage der Durchbruch. Zu guter Letzt nur zwei Ensembles. Einmal hier das Beispiel für den Norden Deutschlands, für Bremen. Da unten die Niederschlagsignale. Temperaturen gehen erst gleichmäßig. Dann nach oben später die zwei Clusterbildungen. Die milderen oder wärmeren Cluster, die locker an die 20 Grad rangehen. Auf der anderen Seite aber auch die, die wieder nach unten gehen werden, in den Nachtfrostgefahrenbereich. Da klaffen das, wir haben es eingangs gesehen, eben die Richtungen auseinander. Und zu guter Letzt noch der Blick in den Süden, nach Garmisch-Partenkirchen. Da haben wir erst mal sehr viele Niederschläge. Die Temperaturen taumeln bei um die 0 Grad, gehen dann deutlich nach oben. So ganz trocken wird es im Alpenraum nicht bleiben. Und wenn sich gerade mal die etwas wärmere Luft durchgesetzt hat, nehmen die Niederschläge schon wieder zu. Auch mit der zwei Cluster-Lösung den milden Läufen. Die wären meist trocken oder hätten Wärmegewitter. Das wäre dann frühlingshaft. Und der andere Cluster geht deutlich nach unten wieder in den Nachtfrostbereich mit Niederschlägen, die dann in der Höhenlage als Schnee niedergehen würden.